Hallo Leute, willkommen zum neuen Video hier in Roblox, aber heute befinden wir uns im Bedwars. Leider auf dem Handy, andere Möglichkeit gäb es nicht, aber ja, wir sind hier in der Lobby und ich würde mal sagen, wir starten mit 4 gegen 4 und 4 und ja, so, wir warten hier noch, bisschen Parcours und verkacken, so, heute versuchen wir mal zu gewinnen, damit ihr mal seht, wie gut ich in dem Spiel bin, ja, wir haben hier wohl diese Minigolf-Map, okay, ich hoffe das Team ist auch ganz gut, wenn die Runde schnell vorbei ist, zock mir noch ein 1 gegen 1 gegen 1 Runde, aber naja, fahr mir hier erstmal eisen, so, Leute, falls ihr ein Tutorial wollt, im Bett war es, dann schreibt es in den Kommentaren, ich mache das natürlich gerne, und wenn dieses Video 5 Likes und 20 Aufrufe hat, mache ich direkt das nächste Video, also, jetzt liken und kommentieren. So, ich würde mal vorschlagen, wir machen uns Wolle und bauen hier mal das Bett zu. Ja, haben die anderen schon auch vor, wenn das so wie ist, brauche ich hier, bisschen dicker, weil wie stabiler, desto sicherer ist das, so, so, und es wird mal Zeit in die Mitte zu gehen. Bisschen Graffiti malen, so, und warten, und ich warte, am besten gehen gerade zu den anderen, die es wollen, so, noch mehr Wolle, und jetzt einfach rüber bauen, und aufpassen, dass er nicht runterfällt, weil auf dem Handy ist das, ist die Gefahr auf jeden Fall größer. Natürlich ist schon das andere Team, und ich bin runtergefallen, und so schnell geht das. Man ist eine Sekunde abgelenkt, und schon ist man am Boden. Ja. Und so ein bisschen. Ich hoffe, der Typ aufgradet, ne, der hat wohl, glaube ich, nicht genug. Da muss ich das wohl machen. So. So, zweiter Versuch, und ich hoffe, diesmal geht alles gut. Natürlich muss ich mir die dann noch besiegen, was natürlich schwer. Der zieht sich nicht zurück, okay, dann. Aber der möchte nicht kämpfen. Ja. Easy kill gerade. Würde ich mal vorschlagen. GG. GG. GG, jawohl. Ein Team kräft da auch schon an. Leute, das Team kenne ich nicht, also, ja. Sollte ich lieber so kämpfen? Schauen. Ne, ich lasse nochmal. Sollen die und wir haben genug. Ich hoffe, dass Blau jetzt nicht kommt, sonst kann es knapp werden. Und ich glaube, die kommen gleich. Ich war nur 15 Sekunden. Dann habe ich jetzt endlich ein bisschen sicherer bauen. In der Mitte wird schon stark bekämpft. Keine Sorge, Leute, das Video wird noch spannend. Hoffe ich zumindest. Ach, das wird es auf jeden Fall. So. Wenn ich mir jetzt runterfallen, hä? Wie dein der Typ hier gerade eben ist es natürlich schlecht. So, wir haben hier abgedrückt. Und der Typ hat es für uns geabgedrückt. Dann würde ich vorschlagen, wir abgedrückt das andere Ding, ja. Was 6 Dias kostet, aber dafür sich lohnt. Ja, wir markieren hier unsere Stelle. Verschwinden hier unsere Blöcke. Und warten. Wenn wir noch Zeit haben, mache ich jetzt den Block. Wow. Sehr schön. So, gleich haben wir genug. Unten können wir uns ein Upgrade leisten. Rot greift uns an! Wollen wir das überleben oder nicht, Leute? Schreibt es in den Kommentaren. Pausiert das Video und schreibt es. Oh, ich bin fast runtergefahren. Schaffe ich es, Leute. Schaffe ich es. Wir werden da aber... So. Okay. Ich brauche Wolle. So. So, Leute, ich baue mich hoch. Der eine Typ hat... Bereitet sich schon noch viel vor. Die ziehen sich zurück, Leute. Wir haben gewonnen. Zumindest die Runde. Okay. Nicht Runde, aber zumindest der Moment gerade. Okay, okay. Oh, der Typ hat gerade beide gekillt. Ich gehe mal auf Rot. Kämpfe Töd. Ah, nee. Die kommen nicht. Ich chill mal hier. Was? Was? Ähm, hallo? Ähm, hey. Hallo? Hallo? Der kriegt keinen Schaden. Entweder ich bin schlecht oder der ist ein Hacker. Ja. Also, ähm, ja. Es liegt wohl vermutlich, da ich schlecht bin. Ja. Team Generator läuft. Ich gehe mal... Blau ist sowieso besiegt. Rot ist jetzt das Thema. Ich hoffe, das Video geht jetzt hier nicht auch um so lang. So. Die ist lasse ich zurück für die anderen. Brau und die ja jetzt noch nicht. Ich würde es mal... Okay, die haben das Bett sowieso... Nee, ich baue mich rüber. Vielleicht schaffen wir es, Leute. Wenn ich eine Axt mache. Und Blöcke und vieles mehr schaffen wir es noch. So, viel das Recht für ein neues Upgrade. Ja, wie gerade nichts passiert, würde ich mal sagen, ein bisschen Werbung für meinen Server, also Discord-Server. Könnt gerne beitreten in der Beschreibung verlinkt, so wie das Game. Würde mich freuen, wenn ihr dort seid, weil dort werde ich meistens... Darf dort meistens die Community entscheiden, was für Videos ich machen soll und ja. Kommt gerne rein. Oh, mir wurden gerade stark betroffen, also... Ja. Ähm... Okay, ähm, das ist natürlich blöd, wenn man das macht. Da bitte mich mal höflich Stopp zu... Weiß noch nicht, das zu machen. Vielleicht macht er es dann. Wir fragen hier noch für eine Rüstung. Ich weiß nicht, wieso man das macht, aber das ist meistens Trollen. Trollen, ja. Toll, wie ich das ausspreche. Also Leute, die das machen, sind der kindisch und ja. So könnt ihr es bitte damit aufhören, Dankeschön. Und Brot ist bei uns, ja. Also ich freue mich gerade nicht, aber... Ja, okay. Dein Dätyp ist gefährlich. Aber keiner kann uns aufhalten, Leute. Oder etwa doch? Ne, hoffe ich nicht. Okay, ich baue mich mal da hoch. So, Brücke, stabil. Oh, da unten gibt es schon Kampf, aber... Kommt da nicht hin. Der Typ farmt hier irgendwie... Hackt er? Oder ich bin einfach schlecht? Schreibt es in den Kommentaren, ob ich schlecht bin oder der Typ da vorne. Oh, der... Der Ende wurde gerade hops genommen. Erstmal Seilbahn zerstört. Oh, 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 okay, okay. Ach, komm schon, jetzt... Nein! Mann! Ich tue nur so, da ich so schlecht bin. Weißt du, Leute? Das haben die anderen nie die Chance gegen mich. Schaffe ich schon. Und wenn ich dir... Oh, meine Kamera ist gerade ausgerutscht. Der eine Typ da in der Mitte... Der in... Den ist irgendwie alles egal. Ah, jetzt zieht sich zurück. Ich habe eine Idee. Ich baue hier eine Mauer. So. Es gehören die Emeralds und... Knapp runtergefallen. Komm ich da hoch? Komm ich. Und... Ja, ich bin schlecht im Parcours. Das hat man hier gerade sehr deutlich gesehen. Naja, der Weg ist auch nicht gut gebaut. Also... Das muss ich auch zugeben. Ich glaube, die Aufnahme liegt gerade bei zu 10, 11 Minuten. Wie ich sehe, oder nicht. Oh, wir können uns eine Eisendrüstung holen. Sehr nice. Da würde ich mal sagen, noch ein Eisen... Steinschwert und... Haufen weiße Blöcke. Dann mache ich hier. So, und kurze Info wegen... Ähm, falls ihr Tutorial wollt. Ähm, ja... Schreibe ich... Ähm... Schreibe es gerne in den Kommentaren. Ich mache... Naja, ich zeige euch einige Tricks, einige Commands hier im Chat. Wie man am besten startet. Und ja. So, ich bin zwar nicht unbedingt gut im Kämpfen, aber... Im Verteidigen geht es so, weißt ihr. Hier gerade. So. So. Rupert. Oh, 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 oh. Der, der, der Typ möchte. Ja. Ja, wenn er hier ist, dann... Ach, komm schon. Nein. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Nein. Das gibt's doch gar nicht. Die haben... Mein Camp erobert. Naja, Leute. Das bedeutet wohl Krieg. Ich sehe... Oh, nein. Wir sind nur zu zweit in ein Team. Das ist natürlich schlecht. Ach, komm, ich schaffe das Schwert. Bisschen noch... Graffiti überall. Dafür, die bringt zwar nichts. Naja. Sieht schön aus, die Base. Aha. Gelb bedient sich gerade bei uns. Naja. Was ist, wenn ich mich bei Gelb bediene? Ich habe mich gerade... Ich glaube schon gesehen. Ich brauche mir hier eine Plattform, falls die mit Bogen schießen. So, sicher. Jetzt abwarten. Bessen, ich gehe hier hinten durch. Oh, oh, oh. Ich wurde gesichtet. Okay, okay, okay. Ich bin bereit für den Kampf, Leute. Oh, nein. Schaffe ich das? Also, der hat eindeutig gehackt. Das habt ihr doch gesehen, oder? Hoffentlich. Ich bin, glaube ich, jetzt allein im Team, oder? Nee. Deine Kollege ist noch bei uns. Dann... Ja. Also, Gelb möchte ich... Den möchte ich zeigen, hä? Wer hier der Boss im Server ist. Oh, die werden gerade attackiert. Sehr schön. Plattformen... Vergrößern. Wichtig wegen dem Knockback, den man kriegt. Die passen schon noch, hä? Bin leider in einem schlechten Team gekommen. Sind die schade. Ja, die bekämpfen sich gerade. Ja, ich... Mir schauen mal zu, zu. Schau, oder? Und... Nein, nein. Nicht der Typ schon wieder, hä? Nicht der. Und dann habe ich es gezeigt, Leute. Der Profi ist hier am Start. Na, komm. Wenn... Möchtest du Schlägerei, dann... Oh, 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 oh. Den habe ich doch. Den habe ich. Und dann habe ich nochmal, Leute. Doppelkill. Wow. Ich frage mich mal alles. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Ich wusste, ich... Ich dürfte nicht weggucken. Naja, trotzdem. Wir haben zweimal... Geschafft, die zu... Vernichten. Nicht vernichtet, aber... Okay. Jetzt bin ich allein im Server. Ähm, im Team, natürlich. Okay, Leute. Jetzt geht's um... Um alles. Tee ist am Start. Angriff... Ich hoffe, ich falle nicht runter. Angriff fangt weggegen. Meine Base ist zwar ungeschützt, aber... Nein, es gibt immer Hoffnung. Vergiss das nicht. Hoffnung gibt's immer. Oh, gut platziert. Ich hoffe, der kriegt... Oh, der hat gut Schaden gekriegt, aber... Da kommt, Leute. Hey, 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 komm. Ach, komm, ist schon unfair, wenn man... Kannst halt schlägt, aber an einem nicht drankommt. Entweder ist es ein Hacker, benutzt Autoklicker, oder es spielt nur unfair. Und ich sag das nicht, weil ich schlecht bin. Wirklich halt bin ich Profi. Leute, wisst ihr das? Fragt gerne, ähm, andere Leute. Gegen die ich gewonnen habe. Wie auch immer. Ich halte noch mal an. Einfach rutschen. Ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Bis auf das Bett. Ach, komm, jetzt... Ähm... Oh, je, oh, je, oh, je, oh, je. Uh, ich hoffe, ich werde nicht abgeschossen. Easy. So. Ich kann nichts abgoiden. Egal. Ich lege das hier zur Seite. Tintee. Reichlich. Und jetzt geht's an die Wurst. Kleiner Spaß, jetzt geht's in den Kampf. Gut, gelb ist gerade hier abgelenkt, aber... Wie lange? Oh, den habe ich erwischt, Leute. Den hab... Das... Ja. Ich hab zwar einen Kill, aber hab mich selbst umgebracht. Aber durch... Trotzdem, ein Kill ist ein Kill. Oh, Rot gegen mich. Rot ist immer so... Immer mächtig, wisst ihr? Gegen die zu kämpfen wird schwer. Boah. Schau mal. Wie mir allein sehen, lohnt sich den Team Generator eigentlich nicht. Daher... Oh, mir wurde... Ich wurde fast abgeknallt. Okay. Da... Das... Das... Ein Team... Ey. Junge, ähm... Hallo? Die spielen gerade unfair. Das ist unfair, was die machen. Hey. Hey. Komm schon, Leute. Nein. Äh. Komm. Den krieg ich doch locker. Den krieg ich locker. Oder? 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 Habe ich den? Habe ich den? Nee, nee. Habe ich... Oh. Leute, den habe ich erwischt. Bro, der... Ach, komm schon. Nee, ich hab grad zehn mehr Diamanten. Mann, ich wollte doch abgab upgraden. Mann, das hat abgemacht. Mann, das hat abgemacht. Nein. Naja, Leute. Wir haben zwar verloren, aber... Lang durchgehalten. Also, ich schreibe in den Kommentaren, wie ihr diese Folge fandet. Schaut gerne meinen Discord. Game in der Beschreibung verlinkt, wie alles andere. Und ich würde mal sagen, ich beende dieses Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.